Hallo Herr Rosa. Hallo. Schön, dass Sie ein bisschen Zeit haben für mich. Klar doch. Meine Frage an Sie ist, was fällt Ihnen spontan zu Langeweile ein? Vielen Dank. 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 Gerne. Ich hoffe, es war interessant für Sie. Total. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ich habe noch ein paar Minuten. Ich hätte es aber noch kleiner falten können.